2020 erwarten dich 1124 Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung. Davon werden dann zufällig 20 aus dem Grundstoff und 10 klassenspezifische für dich ausgesucht. Für diese 30 Fragen hast du dann 45 Minuten Zeit. Jede Frage kann zwischen 2 und 5 Fehlerpunkten geben. Die Prüfung gilt dann als nicht bestanden, wenn du mehr als 10 Fehlerpunkte hast oder 2 Fragen mit jeweils 5 Fehlerpunkten falsch beantwortet hast. Der TÜV berechnet zur Zeit für eine Theorieprüfung 22,49 Euro, wobei jede Fahrschule für jede Vorstellung der Prüfung noch einmal zwischen 50 und 80 Euro von dir haben möchte. Um dich auf die Theorieprüfung vorzubereiten, bist du leider auf dich alleine gestellt, da das, was dir im Theorieunterricht beigebracht wird, leider nicht viel mit der theoretischen Prüfung zu tun hat. Auf diesem Kanal findest du alle Antworten zu allen Fragen, die 2020 auf dich warten können. Um keine Videos mit wichtigen Informationen zu verpassen, kannst du den Kanal jetzt hier kostenlos abonnieren. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, würde ich mich unglaublich über ein Like von dir freuen. Du kannst die Videos auch mit deinen Freunden teilen, um ihnen bei ihren Führerscheinen zu helfen. Mein Name ist Philipp Hirschfeld und ich zeige dir alles, was du für die theoretische Prüfung wissen musst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im letzten hatten wir ja schon ein paar Verkehrszeichen. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass es verschiedene Arten von Verkehrszeichen gibt, da die, die wir heute durchnehmen, auch eine sehr hohe Verwechslungsgefahr haben. Du musst wissen, rund und rot ist Verbot, rund und blau schreibt dir etwas vor und rot dreieckig mit der Spitze nach oben warnt dich immer vor etwas. Also das sind Gefahrenzeichen. In dem Fall haben wir ein Überholverbot, das hast du bestimmt schon mal gesehen. Und es verbietet dir einfach das Überholen mehrspuriger Kraftfahrzeuge, also sprich einem Pkw oder auch einem Motorrad mit Beiwagen. Also alles, was mehr als eine Spur im Schnee hinterlassen würde. Jetzt haben wir das Überholverbot mit einem Zusatzzeichen. Und das haben wir auch im letzten Video schon dran gehabt. Wenn rechts und links zwei Pfeile auf dem Zusatzzeichen markiert sind, dann bedeutet es ja, dass es auf eine Länge von drei Kilometern das Überholverbot gilt. Und wenn wir die Pfeile nicht haben, dann gilt es in drei Kilometern. Also in dem Fall. Worauf weisen diese Verkehrszeichen hin? Auf eine Überholverbotsstrecke von drei Kilometer Länge. Okay, das ist richtig. Und wenn wir die Pfeile rechts und links nicht drauf hätten, dann... Auf ein Überholverbot, das in drei Kilometer Entfernung beginnt. ...wäre die untere Antwort richtig. Ich lasse nochmal die mittlere vorlesen. Auf eine Fahrbahn mit zwei Fahrstreifen für eine Richtung von drei Kilometer Länge. Nein, also das ist auch alles Quatsch. Rechts und links die Pfeile, dann weißt du gleich Bescheid. Worauf weisen diese Verkehrszeichen hin? Auf eine Überholverbotsstrecke von 200 Meter Länge. Auf ein Überholverbot, das nach 200 Metern endet. Auf ein Überholverbot, das in 200 Meter Entfernung beginnt. Perfekt. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf den Anfang der Geschwindigkeitsbeschränkung. Also das ist das Aufhebungsschild. Und gerade eben waren anscheinend noch 60 kmh erlaubt. Jetzt sind die 60 aufgehoben und dementsprechend dürfen wir schneller fahren. Das heißt auf der Landstraße zum Beispiel 100 kmh. Auf das Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung. Genau. Auf ein Verbot, schneller als 60 kmh zu fahren. Nein, Verbot wäre dann wieder rot und rund. Welche Verbote werden mit diesem Verkehrszeichen aufgehoben? Das ist das beste Verkehrszeichen, am besten auf der Autobahn. Das hebt nämlich die Geschwindigkeitsbegrenzung auf und das Überholverbot. Mit Parken hat das Ganze nichts zu tun. Also stelle dir vor, das Ding steht auf der Autobahn. Da darfst du eh nicht parken. Also Geschwindigkeit und Überholverbot wird dadurch aufgehoben. Worauf weisen diese Verkehrszeichen hin? Das hatten wir auch im letzten Video. Schau immer rechts oben bei dem I in der Infocard. Da kommst du auf die Playlist. Da findest du auch die restlichen Videos. Das ist ein Halteverbot, genau. Auf ein Haltverbot, das nur für LKW gilt. Nein, nicht nur für LKW. Auf ein Haltverbot, das nur auf dem Seitenstreifen gilt. Auf ein Haltverbot, das auf der Fahrbahn und auch auf dem Seitenstreifen gilt. Das ist richtig die untere Antwort. Was ist in der hier beginnenden Zone erlaubt? Das hatten wir auch im letzten Video. Das ist das eingeschränkte Halteverbot. Da gibt es auch eine Zone, die ist, sagen wir mal, zehn Straßen groß. Und du darfst dich in diesem Gebiet nur so verhalten, wie im eingeschränkten Halteverbot. Das Parken, wenn eine Parkscheibe benutzt wird. Nein, parken darfst du nicht. Das ist ja nur eingeschränkt zu halten hier erlaubt. Okay, also all das, was wir im letzten Video besprochen haben mit dem eingeschränkten Halteverbot, nur halt in einer ganzen Zone und nicht nur in dieser Straße. Was endet hier? Eine Zone mit eingeschränktem Haltverbot. Genau. Wir lesen aber noch die anderen Antwortmöglichkeiten vor, denn manchmal sind mehrere Möglichkeiten richtig. Eine Zone mit absolutem Haltverbot. Vorausgegangene Streckenverbote. Nein. Okay. Also da ist nur die erste Antwort richtig. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Das ist eine Einzelvorfahrt. Also gibt der Vorfahrt an der nächsten Kreuzung. Auf Vorfahrt nur an der nächsten Kreuzung oder Einmündung. Genau, das ist richtig. Auf Vorfahrt bis zum Ortsende. Auf Vorfahrt an allen Kreuzungen und Einmündungen dieser Straße. Nein, also das ist wie gesagt die Einzelvorfahrt, die musst du auch kennen. Sehr wichtiges Verkehrszeichen. So. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Blau ist immer Autobahn. Auf den Anfang einer Autobahn. Ja, genau. Auf das Ende der Autobahn. Ende der Autobahn wäre dann rot durchgestrichen. Auf den Anfang einer Kraftfahrstraße. Und das Schild mit der Kraftfahrstraße sieht ziemlich genauso aus, nur dass hier ein Auto abgebildet ist. Welches Verkehrszeichen gibt an der nächsten Kreuzung Vorfahrt? So, an der nächsten Kreuzung, das wäre die Einzelvorfahrt, das ist Verkehrszeichen Nummer 1. Welches Verkehrszeichen gibt Vorfahrt? Ja, diesmal ist es Verkehrszeichen Nummer 2. Was ist außerorts auf Vorfahrtstraßen erlaubt? Okay, das ist das Zeichen für die Vorfahrtstraße. Und hier musst du aufpassen. Du musst unterscheiden zwischen außerorts auf der Vorfahrtstraße und innerorts auf Vorfahrtstraßen. Da gibt es nämlich ein paar Unterschiede. Und zum Beispiel ist außerorts auf Vorfahrtstraßen... Parken auf der Fahrbahn. Das Parken auf der Fahrbahn verboten. Parken auf dem Seitenstreifen. Parken auf dem Seitenstreifen. Ist allerdings erlaubt. Halten am rechten Fahrbahnrand. Und halten ist auch erlaubt. Aber Parken auf der Fahrbahn ist auf der Vorfahrtstraße außerorts nicht erlaubt. Innerorts ist das Ganze kein Problem. Ja, was ist erlaubt? Und ich habe genau das Falsche angekreuzt, aber das Richtige gemeint. Das war jetzt arg blöd. Kann passieren. Lasst euch Zeit für die Aufgaben. Also einfach genau andersrum. Was endet hier? Es endet eine Vorfahrtstraße. Vorausgegangene Streckenverbote. Eine Vorfahrtstraße. Ein Zonenhaltverbot. Ja, Vorfahrtstraße. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Das ist genau... Jetzt muss ich mal ganz kurz spicken, ob das Verkehrszeichen irgendwo nochmal auftaucht. Nein. Das müsste, glaube ich, auch im letzten Video drangekommen sein. Ein rotes, rundes Verbotszeichen. Ich habe gesagt, der steht meistens an Engstellen, da wo vielleicht nur ein Fahrzeug durchkommt. Und rund und rot heißt ja, du musst warten, also Verbot. Und der Gegenverkehr hat dann dieses Verkehrszeichen hier, also ein Gehbootszeichen. Sprich, wenn du an einer Engstelle bist, zum Beispiel Baustelle, Unterführung, ja, irgendwas, wo nur ein Fahrzeug durchkommt und du hast dieses Verkehrszeichen, dann darfst du fahren und der Gegenverkehr muss warten. Sie müssen dem Gegenverkehr Vorrang gewähren. Nein, das wäre das andere, das rote, runde. Trotz Vorrang müssen Sie sich auf ein Anhalten einstellen. Ja gut, das kann natürlich schon passieren, ja, wenn der andere schläft oder so, dann, ja. Ihren Vorrang dürfen Sie nur dann nutzen, wenn die Engstelle frei ist. Ja, das klingt auch logisch, also wenn die Straße gerade verstopft ist, dann fährst du natürlich da jetzt nicht rein. Aber im Prinzip darfst du zuerst fahren. Was ist bei diesen Verkehrszeichen erlaubt? Solange noch andere Parkplätze frei sind, darf jeder diesen Parkplatz benutzen. Nein. Alle Bewohner dürfen jeden dieser Parkplätze benutzen. Nein. Bewohner mit entsprechend nummeriertem Parkausweis dürfen hier parken. Jo. Dürfen Sie hier parken? Ja, als Schwerbehinderter mit amtlichem Parkausweis. Genau, aber nur mit dem Ausweis. Ja, als Begleitperson von Blinden mit amtlichem Parkausweis. Genau. Ja, für kurzfristige Einkäufe. Nein, also nur, wenn du halt den passenden Ausweis dazu hast. Was ist hier beim Parken zu beachten? Parkschein und Parkscheibe sind gleichgestellt. Nein, natürlich nicht. Also wenn da Parkschein steht, dass du einen Parkschein lösen musst, dann brauchst du auch einen Parkschein. Der Parkschein muss für Kontrollen gut lesbar ausgelegt sein. Klar. Die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit darf nicht überschritten werden. Genau, das ist auch richtig. Da gibt es eine sogenannte Höchstparkdauer, beziehungsweise je nachdem, wie viel Geld du in den Automaten reingeschmissen hast. Du darfst halt nicht länger dort parken. So, und hier gibt es eine Frage. Da gibt es noch eine ähnliche. Da musst du die Zahl eintippen. Das ist ganz wichtig. Welche Fahrzeuge dürfen hier parken? Also, es dürfen tatsächlich Motorräder parken und Fahrzeuge bis 2,8 Tonnen zulässiger Gesamtmasse. Okay, also dieses Verkehrszeichen sagt dir, dass das Parken auf den Gehwegen gestattet ist. Und zwar so wie nach Abbildung. Und wenn das Parken auf Gehwegen erlaubt ist, dann darfst du damit nur parken, wenn du eine zulässige Gesamtmasse von 2,8 Tonnen nicht überschreitest. 2,8 Tonnen kommt nur in Verbindung mit dem Gehweg vor. Sonst sind es immer 3,5 Tonnen. Also normalerweise bei jeder Antwort 3,5 richtig, aber Parken auf dem Gehweg, das ist die einzigste Ausnahme, 2,8 Tonnen. Wie hoch muss die durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit eines Kraftfahrzeugs mindestens sein, wenn man diese Straße benutzen will? Das ist das Zeichen für die Kraftfahrstraße. Da haben wir ja von schon vorhin vorgeredet. Das sei also ähnlich aus wie dieses Autobahnschild. Das ist die Kraftfahrstraße. 61 Kilometer pro Stunde. Und in dem Fall dürfen nur Fahrzeuge drauf fahren, die mindestens 61 kmh schnell fahren können oder dürfen. Das ist eine Sackgasse. Da darfst du reinfahren und musst halt irgendwann im Bereich dieser Straße wenden. Auf eine Unterführung. Auf eine für den Fahrzeugverkehr gesperrte Straße. Auf eine Sackgasse. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf eine Gefahrstelle. Auf eine Erste-Hilfe-Station. Auf eine Kreuzung. Das ist eine Erste-Hilfe-Station. Was ist bei diesem Verkehrszeichen zu beachten? Ja, so Verkehrszeichen kann man das gar nicht nennen. Das ist eine Banderole. Die ist um eine Straßenlaterne gewickelt und sagte, dass die Laterne nicht die ganze Nacht durchleuchtet. Fahrzeuge dürfen hier ohne Beleuchtung die ganze Nacht geparkt werden. Die Straßenbeleuchtung brennt nicht die ganze Nacht. Genau. Das ist damit gekennzeichnet. Fahrzeuge dürfen hier nicht geparkt werden. Und wenn du es genau wissen möchtest, du musst dein Fahrzeug innerorts zur Straßenmitte beleuchten, wenn keine ausreichende Straßenbeleuchtung vorhanden ist. Und diese Banderole sagt, dass die Laterne nicht die ganze Nacht überleuchtet. Dementsprechend musst du dein Fahrzeug eventuell dann nachts beleuchten. Gelb ist eine Bundesstraße, also eine Landstraße. Es darf nicht schneller als 35 Kilometer pro Stunde gefahren werden. Es muss mindestens 35 Kilometer pro Stunde gefahren werden. Auf eine Bundesstraße. Genau. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf eine Stelle, an der man die Autobahn verlassen muss. Nein, müssen tust du da gar nichts. Auf eine vorgeschriebene Umleitung für Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern. Das ist auch nicht richtig. Auf eine in der Regel weniger befahrene Autobahnstrecke. Genau. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber die letzte Antwort ist richtig. Worauf können rot-weiße Warntafeln an Fahrzeugen hinweisen? Auf einen Anhänger, der innerhalb einer geschlossenen Ortschaft auf der Fahrbahn abgestellt ist. Genau. Das ist die sogenannte Parkwarntafel. Auf ein Fahrzeug mit Überbreite. Genau. Auf ein Fahrzeug mit Überbreite. Das ist auch richtig. Auf ein Gefahrgutfahrzeug. Ähm. Das. Ja. Muss jetzt nicht sein. Worauf können die hinweisen? Ja, könnte schon. Ach, ich lasse es jetzt mal weg, wenn es nicht stimmt. Na doch, haben wir richtig geraten. Okay. Ne, also wären wir jetzt auch nicht geläufig gewesen. Bei Antwort Nummer 1 ist die Parkwarntafel. Die musst du an deinem Anhänger montieren, wenn du ihn innerorts nachts über abstellen möchtest, ohne Zugfahrzeug. Und die zweite Antwort ist ein Fahrzeug mit Überbreite, also sprich einen Schwertransporter zum Beispiel, der hat dann auch diese Tafeln draußen. Worauf müssen Sie im Interesse der Umweltschonung achten? Unnützes hin- und herfahren vermeiden. Ja, das ist richtig und innerorts sogar verboten. Längeres Laufen lassen des Motors im Stand vermeiden. Klar. Häufig mit hoher Drehzahl fahren. Gut, da wird ja mehr Kraftstoff und mehr Schadstoff ausgestoßen, wenn du das tun würdest. Was muss regelmäßig gewartet werden, um zu hohen Kraftstoffverbrauch und übermäßigen Schadstoffausstoß zu vermeiden? Eine gute Frage. Da braucht man ein bisschen technischen Sachverstand. Motor, Luftfilter, Zündanlage, Vergaser oder Einspritzanlage. Also, die erste Antwort wird sehr häufig nicht angekreuzt, obwohl sie richtig ist. Und zwar musst du dir vorstellen, dass der Motor, also der Kraftstoff, nur in Verbindung mit Luft, also mit Sauerstoff, verbrennen kann. Und dementsprechend, wenn da irgendwie, ja, der Luftfilter verstopft ist, dann erhöht sich der Schadstoffausstoß, weil einfach der Kraftstoff nicht so gut verbrennen kann. Ähnlich läuft es mit der Zündanlage oder der Einspritzanlage. Auch Vergaser gibt es ja jetzt eigentlich nicht mehr in Autos. Aber vielleicht, wenn du ein altes Motorrad fährst oder einen Roller, dann kann es schon sein, dass das Ding auch einen Vergaser hat. Da sind alle Antwortmöglichkeiten richtig. Wie wirkt sich eine wesentliche Unterschreitung des empfohlenen Reifendrucks aus? Okay, aufpassen. Hier haben wir die letzten zwei Worte, die den Satz nochmal umkehren. Also, die Rede ist von, wir haben zu wenig Luft im Reifen. Was passiert? Der Schadstoffausstoß nimmt ab. Also, wir haben zu wenig Luft im Reifen. Stell dir mal vor, du fährst mit dem Fahrrad mit zu wenig Luft. Und der Schadstoffausstoß, das ist einfach, ja, ich sag mal, der Schweiß, der dir dabei entsteht, wenn du mit einem Fahrrad fährst, mit dem zu wenig, wo zu wenig Luft im Reifen drin ist. Also, fängst du da an zu schwitzen oder eher weniger. Hier ist die Rede von nimmt ab. Also, das stimmt schon mal nicht. Der Reifenabrieb nimmt zu. Okay, das ist auch richtig. Also, der Reifen verschleißt schneller. Der Kraftstoffverbrauch nimmt zu. Und der Kraftstoffverbrauch nimmt zu. Also, du brauchst einfach mehr Energie, um das Fahrzeug zu bewegen, wenn weniger Luft im Reifen ist. Wann sollten Sie den Motor abstellen, um Kraftstoff zu sparen und die Umweltbelastung zu vermindern? Wenn Sie vor Bahnübergängen oder Baustellen warten müssen. Genau, das ist sogar vorgeschrieben. Wenn Sie in einem Verkehrsstau länger warten müssen. Das ist auch richtig. Wenn Sie bei einem Stoppschild anhalten. Und das ist natürlich nicht richtig, denn es ist ja nur eine ganz, ganz kurze Dauer, die du da stehen bleibst. Also, du musst ja im Prinzip, wenn kein Fahrzeug kommt, nur stehen bleiben und darfst ja sofort wieder weiterfahren. Ihr Kraftfahrzeug verliert etwas Öl. Wie viel Trinkwasser kann bereits durch einen Tropfen Öl ungenießbar werden? Bis zu 600 Liter. Da ist die längste Antwort wieder die richtige. 600. Was soll man beim Tanken beachten? Möglichst randvoll tanken. Nicht nachtanken, wenn der Tank voll ist und die Zapfpistole abgeschaltet hat. Keine Kraftstoffdämpfe einatmen. Gut, zwei und drei. Richtig. Die Zapfpistole hört ja automatisch auf, wenn es erkannt wird, dass da genügend Kraftstoff drin ist. Und einatmen sollst du das Ganze natürlich, wenn möglich, auch nicht. An einem Fahrzeug sind Motor und Schalldämpfer frisiert. Welche Folgen kann das haben? Die Lärmbelästigung nimmt zu. Ja, genau. Der Kraftstoffverbrauch sinkt erheblich. Das hat nichts mit dem Kraftstoffverbrauch zu tun. Der Schadstoffausstoß wird größer. Ja, das kann durchaus passieren, da in der Abgasanlage ein sogenannter Katalysator drin ist. Und wenn der, ja, sagen wir mal, durchbohrt ist oder irgendwie Löcher drin sind oder sowas, dann kann der natürlich nicht mehr die Luft richtig, also die Abgase nicht mehr richtig reinigen. Wodurch kann beim Fahren eine vermeidbare Lärmbelästigung entstehen? Durch schadhafte Schalldämpfer? Ja. Durch unnötig starkes Beschleunigen? Ja. Durch Fahren mit niedriger Drehzahl? Nein. Also wenn die Drehzahl niedrig ist, dann ist der Motor leiser. Wenn die Drehzahl höher ist, dann ist der Motor lauter. Wie soll man schalten, um besonders umweltbewusst und sparsam zu fahren? So früh wie möglich hochschalten. Das ist richtig. Wie beim Fahrrad einfach auch. So spät wie möglich zurückschalten. Das ist auch richtig. Und zwar ist damit gemeint, dass man den Schwung besser ausnutzen kann und die Motorbremse nicht so stark wirkt. Gänge bis in den oberen Drehzahlbereich ausfahren und dann schalten. Und das wäre eher schlecht, da wir den höchsten Kraftstoffverbrauch haben im oberen Drehzahlbereich. Was ist für umweltschonendes und energiesparendes Fahren wichtig? Regelmäßige Motorwäsche mindestens viermal im Jahr. Quatsch. Kraftstoffverbrauch regelmäßig kontrollieren. Das ist richtig. Regelmäßig Motoreinstellung überprüfen lassen. Das ist auch richtig. Also wenn du merkst, dass der Kraftstoffverbrauch irgendwie extrem zunimmt, dann weißt du, da stimmt irgendwas nicht. Und Motoreinstellung überprüfen lassen. Normalerweise, wenn mit deinem Auto irgendwas nicht stimmt, dann geht dir sowieso die Motorkontrollleuchte an. Das ist diese gelbe Kontrollleuchte auf dem Armaturenbrett. Und dann solltest du auf jeden Fall mal in die Werkstatt fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Okay. Das waren wieder 36 Fragen für heute. Dann hoffe ich, es hat dir was geholfen. Lass dem Video einen Daumen nach oben da, wenn es dir was geholfen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.